Was geht ab, ihr ganz Schildchen? Willkommen zurück zu einer neuen Folge WarmsClanWars. Heute mit Christian, Sebastian und DaluCat. Wir am Schlüssel sind in der Herrschaft um die Insel. Um meine Insel. Oh nein, was ist das denn für eine Kacke? Was ist denn da oben rechts? Ja, die Runde ist ja gleich vorbei. Ja, was tue ich denn hier unten? Ich glaube, ich benutze meinen rechten Teleport. Gibt es einen Wurmwechsel schon? Nee. Wann ist der ready? Ja, ich finde ihn nicht. Rechte Seite, zweite Reihe, drittes. Kacke, was ist das denn für eine Kader hier? Bitte lass mich mit einem da wenigstens wegkommen. Oh, das ist super, dass der dran ist. Samy. Ich habe gehört, du willst mich jetzt nicht komplett finishen, oder? Ich kann dich nicht. Der Typ ist nicht dran. Lange nicht. Das ist mein letzter. Oh Gott. Oh, ist Wasser schicken. Blöde Frage. Enter war springen, Leertaste schießen, oder? Enter ist nicht springen. Shift ist springen. Ja, ja, okay, shift ist springen. Oh, perfekt auf die Miene. Sein ganzer Hintern war ja drauf. Nimm euch die Übel. War ja eine gute Runde. Und dann ist es toll, okay. Glorious. Oh, wie kommt es jetzt da raus? Gucken wir mal. I won't gewinnen, Dalu. Oh, not even close. Glorious. Till I'm victorious. Not even klotze. Aber wird Bram victorious. Du kannst ihn in die Flasche hängen, oben. Vielleicht. Komm schon. Ein paar Wasserübungen sind aber auch wichtig. Aquagymnastik nennt sich er. Komm, Bram. Wernado. Schön. Richtig guter Schuss. Aua. Dann, wenn ich schon das Saufenqual voll, dann. Komm, da will ich so einen Lüdel raus. Was hast du deine Leute? Hallo Mine. Das ist doch super. Das ist natürlich richtig dumm, dass man in der Mitte steht, wa? Nee, alles easy. Ich habe einen richtig guten Plan. Einfach alle Opfern. Da wirst du beeindruckt sein von. Habe ich gehört. Machst du Sepp, oder was? Nee, warte noch. Ich muss erst hier laufen. Okay, jetzt. Ja, ja. Äh. Zack. Nein. Oh, oh. Tada. Ah, für das Wasserding, wa? Ah, ich understande. Oh, welcher ist denn jetzt? Guck, und ausgesperrt. Ja? Oh. Ja, der wird ja eh nicht hochgekommen, da liegt noch eine Mine vor. Ausgesperrt. Kann er Jetpack benutzen? Nein. Das ist aber nicht erlaubt. Nee, nicht über, also ich glaube nicht, dass Jetpack bis über den Stahlträger reicht. Aber über die Linie wahrscheinlich nicht. Jetpack über Stahlträger ist verboten. Der kommt ja auch nicht hoch. Also, bis über den Stahlträger. Oh, lol. Das ist verboten, Sepp. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war schon ganz schön geil. Hallo. Hallo. Die rollt unten durch. Tschüss. Lass mal durch hier. Hier ist die richtige Party, ist hier, ey. Alter, Vater. Shit, ey. Ich glaube, ich habe da auch noch zwei mit im Game da oben. So habe ich den jetzt Gegenwind. Das ist doch scheiße. Granate. Habe ich vor. Habe ich vor. Auf den 150er. Was ist das für ein Trick? Ja, das ist gut. Controller angeschlossen? Ist das nicht mit Pfeiltasten? Doch. Nach rechts und links, oder? Ja, aber wenn ich die drücke, der zieht nur nach unten. Ja, kann es sein, dass sein Controller angeschlossen ist? Nein, ich habe keinen Controller angeschlossen. Lenkrad vom... Hast du immer... Du sagst es auch im Hauptmenü, das halt immer noch unten durchgeht. Geht das immer noch? Das weiß ich jetzt nicht. Aber scheinbar. Dann testest du das doch ganz kurz. Wenn du rechts drückst und dann im Menü die halt anguckst, was da passiert mit deiner Tastante. Im Menü ist die Maus. Da ist alles super. Aber du ziehst doch hoch und runter mit den Pfeiltasten, oder nicht? Ja, aber du hast wahrscheinlich irgendwas am Rechner vielleicht noch angeschlossen, was die ganze Zeit nach unten drückt. Das habe ich oft, wenn es noch einen Controller, einen Lenkrad, äh... Was auch immer. Das reicht mir. Also das ist halt immer dran. Kannst du es trotzdem rausziehen, gerade ohne Probleme? Äh... Ja... Ich würde es tun. Guten Tag. Sonst würde das dein Gameplay nachhaltig beeinflussen. Ey, komm, hier unten sind wir doch alle Brüder. Am Boden der Gesellschaft. So, jetzt bin ich gespannt. Schreibt dir was, Bruder. Oh, das war falsche Seite, oder nicht? Ja, die war auch zu stark. Ich bin ziemlich mächtig. Komm, zieh zum Dalu. Ich bin ziemlich mächtig. Dann konntest du deine Kraft gar nicht kontrollieren, wa? Fallen lassen war ein Problem. Also ich wollte sie nur hinlegen. Er hat sie einfach geschmissen. Oh oh. Oh. Jawoll. Oh, schön. Ich wusste, das konnte nicht gut gehen, wenn ich da... Na, ich fand, das war gut. War ich zu gierig. Ziele erstmal irgendwie, um es zu testen. Erstmal hole ich mir ein Leben. So. Jetzt ziel mal. Tada. Das ist schon besser aus. Ja, tada. Genau. Verdammt. Aber er hat es nach unten gezielt, als du was gedrückt hast. Weil der gerade hat er vorher gerade gezielt. Also Pfeiltasten geht nicht. Ich kann da links und rechts, aber nicht nach oben und unten. Das ist ja super. Oh, trotzdem. Du kannst doch kurz minimieren ohne Probleme. Weil du ja nicht aufnimmst. Wenn du mir doch einfach geguckt hast, ob du irgendwas an hast, was das noch blockiert. Oder ob dir irgendwie... Oder vielleicht hilft der rein- und raustabben. Ja. Vielleicht ist auch die Taste festgeklemmt. Nee. Kann dir ja drüben. Aber guter Kick, Christian. Wenn Cola da drin ist, kenne ich. Da hast du ihn geholt. Mit dem Trickshot. Ich habe auch noch nichts über die Tastatur geschüttet. Ärgerlich. Ich bin dafür, dass Christian jetzt gewinnt. Nein. Oh. Ah. Ich kann schon sagen. Sorry, Christian. Das war ich gleich gewollt. Mit so einem Favor auf 41. Das ist eigentlich doch okay. Oh nein, das ist ein riesiger Wurmturm. Ja. Kommst du nicht mit auf unseren Wurmturm? Kann ich da wieder hochklettern? Warte. Da muss man fein geflohen. Ja. Boah, das sind die drei Wurmgetiere. Nein, jetzt komm. Mach Sepp weg mit dem Wettbewerbstecker. Nee. So, dann musst du hin. Genau. Weißt du, nur auf mich am Gehen hier. Du bist doch hier hochgekommen und hast mich angegriffen. Nee, Bram hast du mal angegriffen. Nein, du hast nur mich mit der Mine angegriffen. Was kann ich denn dafür, wenn du neben dem Bram stehst? So, was macht denn hier Sprungo-Mongo? Da ist wieder Leben. Da ist wieder Leben. Das finde ich auch eigentlich ganz sexy. Aber mal gucken, ob ich das überlebe. Bestimmt. Schönen ranziehen. Oh nein. Ach, wieder ein Leben. Zweimal jetzt hintereinander. Sepp will sich mitspielen. Okay, Christian, was hast du jetzt für einen Trick? Mine oder Dynamit. Hast du es gefixt? Nein, ich glaube nicht. Weiß ich nicht. So, er hat was gemacht. Mine oder Dynamit geht. Ja, Minimieren hat es gebracht. Aber jetzt lege ich eine Mine. Wasser geht auch noch. Ich glaube, der ist zu krass. Aber warum nicht versuchen? Der ist zu krass, Schwerberg. Hui. Drück ihn runter. Macht der wirklich, ey. Ich muss dir mal ganz kurz hier was gönnen, ne? Hol dir der rechts auch noch den Drop. Das wird interessant, Bram. Das wird mir echt interessant. Bam. Das war ne Menge Schaden. War doch okay? So ne kleine Stange? Wär jetzt geil, wenn der 114 da unten dran gewesen wäre, damit er da nicht rauskommt. Oh oh. Ich befreie uns. Oh ne, das ist mir zu heiß. Du musst einfach wieder nach rechts gehen gleich. Ja. Komm, stell dich einfach auf deinen Typen drauf und dann sind halt drei Stück auf einer Stelle. Dann fände ich schon... Nein, heiß, heiß, heiß! Nein! Oh, 49. Hm. Oh. Hallo meine Freunde. Kann ich mich da dranhängen an das komische Ding? Glaube ich nicht. Ich glaube, man kann sich nicht an dem Weg da dranhängen, oder? Im Sprungversuch. Die Oma ist auch scheiße. Wird eigentlich ganz nett hier mal ein bisschen aufzuräumen so. Einfach volle Olle rein. Bam! War das da echt drin? Jawohl. Geil. Ich glaube, das hat explodiert nur, oder? Ey. Fegen, ja. Fegen. Finger? Ne, ne, ne. Ich bin am überlegen, Granate oder einen richtig geilen Bazooka-Schuss. Ey. Guck dir doch die oben beiden da mal an. Die stehen da ja und präsentiert da. Uh, aber das ist schon eine harte Ecke. Wär schon ein Sniper-Shot, ey. Aber das... Boah, Granate schwierig einzuschätzen von den Sekunden. Bazooka schwierig von der Flugkurve. Du hast keinen Wind. Es ist halt... Wie das Ding hochkommt, kommt es doch wieder runter. Oh! Die Miete! Noch, ja! Immerhin! Bauer. Jetzt liegen sie schön zusammen. Bisschen mehr hätt's, hätt's getan. Manchmal muss es ein bisschen mehr sein. Fand ich jetzt nicht so geil. Wenn ich da ehrlich bin. Ja, du lebst halt so einsam auf deinem Sinne. Meine Oma wird das nicht gefallen. Oh, nö. Nö. Nicht die Oma zu mir. Ich bin doch schon gerade wieder gesund. Oh. Gott sei Dank ist da eine Ecke. Oh, lol. Das ist aber eine harte Oma gewesen. Gott sei Dank ist da eine Ecke. Die... 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 Die Oma macht ja eine größere Explosion als die Heilige Handgranate. Ja, echt. Was ist das für eine Oma? Das war schon krass, Oma. Meine Oma war aber auch echt sauer. Ja, anscheinend. Dann hat die ganze Wut aufgestört und dann einfach explodiert. Nee, Tari, das einfach nicht. Nein! Shit! Oh, fuck. Es gibt ja echt's. Komm, wirf einfach mal was weg, genau. Wird genau mitten da jetzt schon wieder hier. Aber nicht zu dir. Naja. Etalu, warum machst du so einen Quatsch? Oh, nice play. Jetzt jeder sitzt da drauf. Neee! Neee! Und tschüss! Doch! Och, kacke! Nee, nicht zu mir! Das war genug Fallschaden. Nachkommen! Oha! Oha! Ach! Das war nicht genug, oder? Komm, schieb's runter! Komm, geh, geh! Guck mal, ich hab da eine richtig schöne Wasserbutsche, die ist schon geil! Mh! Mh! Außer, dass du damit hat ihn nicht gekillt! Neee! 75 macht das doch, oder? Oder 70? Oha! Die lag nicht optimal. Wenn's optimal gelegen hätte, wär' Christian aber auch gestorben. Dann ist das stimmt. Macht die dann über 75 Schaden? Ja, mal 80 dann, oder? Mit dem großen Wurm? Ich nicht, das wär... Egal. Kampf der Berge! Du bekommst die Kiste nicht! Hätt's echt gern gehabt. Da war ein Diesel drin, ne? Ja. Hier wird nicht so gut aus gerade. Und Jetpack hab' ich schon weg? Yeah, I've chipped my China! Sieht gut. Oh! Oh! Oh, der war gut! Mach' ich denn jetzt? Ach komm, dann stirbt der! Ach nein! Jetzt wär' ich doch dran gewesen! Bist du noch dran, Sepp? Ja, aber der ist gerade gestorben, der Typ! Den hätt' ich vielleicht noch retten können! Den kannst du aber noch... Also, da kannst du sogar noch eine Runde bleiben, bis du noch mal dran bist! Mit dem! Auf jeden Fall! Ich kann auch noch einen schönen hier! Ja, aber ich mein' also vier Runden überlebt er noch mit dem Wasser an der Stelle! Ja! Ja! Du darfst dich nur nicht ins Wasser hoffen! Ja, hab' ich auch gerade gedacht! Ja! Fatality! Ich komm' hier aber nicht mehr weg! Hm... Hart am Arsch! 7 HP! Dort kriegen wir ein! Die ist Bram mit dem Baisy rüber! Ne, ich glaub' Christian möchte lieber mich weg machen! Ja, aber Bram werd' ich nicht töten können! Ja, den 58er kannst du mit dem Dragon! Ja, den 58er! Danach hat er noch zwei Würmer da oben stehen! Ich mein' nicht weg! Sorgt dafür, dass nicht letzter wirst! Der Finger wäre, glaub' ich, besser, oder? Der Bansch ist gut! Oh, Jucken! Müsst' wir's dann noch ein bisschen in das Match Dalu gegen Bram einmischen! Hm... Ja... Holy gewitt schon! Das ist Bram, da in das Loch! Oh! Oh! Was wird das für ne Scheiße? Was? Ich glaub' Okay! Interesting! Kannst du nur leider wegschlagen! Ja... Den brauch' ich nicht! Ach! Oh nein, Dalu! Oh, fuck! Ah, zu mächtig! Zu mächtig! Zu mächtig! Zu mächtig! Dalu, der geht immer pumpen im Studio! Aber Sepp könnte uns jetzt den Boden wegschießen! Ja, aber wenn der's nicht macht... Wenn der den da oben nicht weg holt, mach' ich uns beide! Sepp, du musst den Boden da wegschießen! Ich muss hier erstmal weg! Nein, du gehst links zu der Kiste, schieß' den Boden weg! Oh Gott! Ich geh links zu der Kiste! Aber da krieg' ich falscher... Oh Gott! Ja, nein! Du hast ein cooles Ninja-Robe! Warum hörst du denn auf Dalu? Hey, lass ihn doch mal! Er spielt selbst! Er spielt selbst! Er ist ein kleiner Sklave, ist er! Sepp, nach oben! Jetzt bleibt nicht im Wasser stehen! Sepp, nein! Oh nein! Ich kann nicht mehr klicken! Jetzt stehst du tiefer als vorher! Christian! Ja, das war auch mein Plan! Ach, dann ist dein Plan, da unten zu stehen! Ihr habt mir meine Decke weggemacht, wo ich mich langliahnen wollte! Christian, wenn du jetzt den linken weg machst, hast du gewonnen! Christian! Das ist gelogen! Er tötet dann einfach nicht uns alle! Doch, er tötet auf jeden Fall Dalu! Oh, ich bin eh tot! Da, wo das Blitzkrab ist! Besser geblieben, ey! Ich weiß nicht, ob ich danach noch so lange da oben stehen bleiben kann! Locker! Wir sind ja nur noch zu dritt! Oh! Nein! Ja! Hi, Bram! Was geht? Aber ich glaube, ich bin trotzdem tot! Ne! Doch! Christian, warum denn? Die Banane, ne? Bram hat die Banane! Hat er nicht! Doch, da kommt jetzt die Runde! Er ist aber der letzte, glaube ich, gewesen, oder? Er ist ja gerade dran! Bei mir steht die einfach nur schon! Ja, Bram! Rette mich! Ach, lächerlich! Komm schon! Rette mich! Ich verstehe halt nicht, warum Christian nicht auf den Linken gegangen ist! Zwei sind mehr als einer! Die ist gut! Oh! Jetzt muss sie nur noch auf den Linken! Ja, schön! Oh! 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 Ja, toll! Bram drückt... Bram drückt dich aber runter! Du kannst nichts tun! Du kannst dich wegteleportieren! Aber den hast du, glaube ich, am Anfang der Spielstelle benutzt, oder? Ja! Kann ich mich bis dahinten teleportieren? Du hast... Du schießt in deinen Arsch! Du schießt in deinen Arsch! Ja, versuchen würde ich's auch! Du darfst nur nicht drüber schießen! Wer drüber schießt ist, du hast einen Schuss! Das ist doch viel zu für alles! Was willst du denn treffen? Das willst du gar nichts! Du musst auf die Goldkiste schießen! Ja, so! Ja! Und jetzt? Zu langsam! Oh, nein! Und jetzt kommt wieder nichts! Sam, das ist der fünfte Zug, oder so, wo du nichts getan hast! Ich komm da nicht hoch! Das war taktisch klug von Sam! Warum musstest du dem das sagen mit dem Scheiß-Teleformen? Ja, das war doch klar! Jetzt teleportier du dich doch selber weg, Christian! Ja, muss ich ja! Nach rechts! Dann hab ich die Banane Richtung Brom geschmissen! Machst du das doch! Ja, natürlich so! Gehst du natürlich nicht unter, Sam, weil du auch gleich nochmal dran bist! Okay! Also, wenn der Wind so ist, wie er jetzt ist, ja? Hab ich ne gute Idee! So! Flak! Oh, nee! Kacke! Kacke! Alter, das war ein guter Luftschlag, Brom! Was ist denn da? Kissen? Den hab ich mir gekauft! Gekauft gerade! Sepp! Teleport! Ne, geht's Teleport! Sepp wird's gewinnen, Alter! Warum will das jetzt nicht, ey? Hey, ihr seid alle auf mich gegangen, ja? Ich hab mich hier erwehrt! Sepp wird sich selber killen! Er wird sterben! Boah! Und er macht Fallschaden jetzt! Nein! Nein! Oh, Alter, ey! Zug Nummer 7, wo er nichts gemacht hat! Oder 6! Ich hätte den einfach da stehen lassen sollen und auf Bram gehen, weißt du denn? Ja, natürlich war doch klar! Aber du wolltest ja nicht! War doch klar! Ja, wie war doch klar? Ja, dann ist klar, dann hätte ich mich selber ins Wasser stürzt! War doch klar, dann hätte ich mich selber killen! Ja, natürlich war das klar! Also muss man mit meinen Kompetenzen rechnen! Ich bedanke euch immer zu uns zuschauen und hat reingehört! Tschüss! 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 Tschüss!